Dieser Volkswagen Turan steht hier zum Verkauf. Der schwarze Van ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 146.000 km. Die Erstanmeldung bei Ende 2012. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Szenonscheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt einer Leistung von 140 PS. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017